So Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test die Fantastic Four von Veko. Gekauft im Aldi für 3,99€, sprich 1€ pro Bombenrohr. Und wir haben eine NEM von 64g auf 4 Stück, macht 16g pro Bombenrohr. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und schauen, ob diese 1€ pro Rohr gerechtfertigt sind oder nicht. Also, bis gleich, draußen zur Zündung. So, jetzt im Test, wie versprochen, die Fantastic Four aus dem Aldi. Zuerst das Blaue. Ziemlich laut, jetzt kommt das Grüne. Aha, Grün hat da den Blinker. Jetzt kommt gleich das Gelbe. Gelb, halte, blaue Sterne und Chrysanthemum. Und das Rote zum Schluss. Na ja, ich sag mal so, das Z hat jetzt gekostet 4€. Stell mal, schau auf ihr. Das Z hat 4€ gekostet und ich würde mal sagen, von mir persönlich keine Kaufempfehlung, aber sie sind trotzdem gut. Also Freunde, macht's gut. Schatalko! 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 Bis zum nächsten Mal.